Vor allem muss ich Aerith glaube ich mal instant eine Materia abnehmen. Ausrüstung und Materia. Barrett, äh, Barrett! Ähm, warte mal, können wir die Waffen noch mal modifizieren bei Barrett? Nicht wirklich. Die Musik ist wieder da. Gut, vielleicht hier. Hartklinge, eventuell. Okay, bis dann, Yusuto. Schockfledderer. Okay, hier geht nichts. Vielleicht bei tiefer. Tiefer. Schlagringe. Zusätzlicher Materia-Slot. Den will ich. Gebe ihn mir. Da ist er. Damn, yes. Okay, cool. Weil, dann können wir jetzt wenigstens Analyse wieder dazunehmen. Analyse! Tiefer. Anal. Na, ist ganz unten. Ne? Ja, klar. Analyse. Okay, cool. Das trifft sich auf jeden Fall schon mal ganz gut. Ziemlich gefährlich. Frag mich, woher klaut das schon, wie der weiß. Mega-Trank. Okay. Smash it. Hey, Sauger! Ah ja. Dann muss ich doch erstmal tiefer nehmen. Und analysieren. Eis. Eis ist immer gut. Und es hat ihn nicht zerlegt. Schade eigentlich. Magie, Eis. There you go. Komm, Schock. Ah, kein Schock. Na gut. Großer Sauger A. Sucks. Fucking sucks. Okay. Jupp. Der Weg könnte ich noch ein bisschen ziehen, so wie ich das sehe. Haben wir hier schon wieder zwei Möglichkeiten. Wundervoll. Tut sich nichts. Okay, dann gehen wir erstmal da rein. Hm. Nix. Ob wir hier nochmal vorbeikommen irgendwann. Oh, Kiste. Mioink. Phönixfeder. Cool. Oh no. Die hab ich ja ganz vergessen. Tifa. What the hell? Ah, Cloud. What the hell? What the hell? Tifa. Endlich. Und. Analyse. Wirksame Eis. Sehr gut, aber. Tifa. Endlich. Den zerlegt's jetzt sowieso. Ah, Mutangriff. Boom. So sieht's aus. Go go. Was? Wozu? Überbewertet. Hauptsache wir übersehen nix. Ufts ufts. Ah, hier ist der andere Weg. Okay. Der wär wahrscheinlich gegnerfrei gewesen, ne? Ja. Sieht stark da noch aus. Na gut, egal. Die ganze Highway hat's hier zerlegt. Ah, was sind das für Bobbys? Äh. Ah, okay. Ran. Hippokamm. Dann übernimm. Mit Tredam. Tifa. Fertigkeiten. Analyse. Hippokamm. Eis. Alles klar. Es ist irgendwie immer Eis grade. Nimm. Ah. Jetzt geb ich alles. Die. Gut, dass sie so hart erwischt hat. Die. 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 Ich komm mit duschen tiefer. So ist nett. Okay. Gut. Ah, schon wieder zwei Wege hier. Hier. Ich sag mal. Da ist wieder nix drin, ne? Äh. War ja klar. Und drüben wieder was. Wie. Ich. Ich würd mir tiefer duschen. Warte mal. Bin ich jetzt grad wieder den Weg zurückgerannt? Natürlich. Oh, ich. Bobby. Äh. Ja. Okay. Falscher Weg. Nee. 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 Vergiss das einfach wieder. Sofort. Ich hab nichts. Nicht gesagt. Gar nicht. Okay. Der Weg ist zumindest mal richtig. Kiste. Mioink. Alright. Lebenszeichen von Kameraden. Das trifft sich doch ganz gut. Äh. Wenn's denn hier weitergehen würde. Da muss was sein. Irgendwo, oder? Nee. Interessant. Na gut. Oh no. Oh no. Run. Und run. Und eye blitz. Eye blitz. Na ja klar. Ach. Ich wollte tiefer eigentlich. Hier kam er. Analyse. Blitz. Sehr gut. Okay. Eigentlich sind beide sogar blitzmäßig am Start. Und Cloud hat's hart besorgt bekommen. Okay. Er muss selber zaubern. Ich seh schon. And he's dead. What the fuck. Äh. Ah. Ich seh schon. Ich seh schon. Und he's dead. Du solltest durchhalten. Das wär nicht verkehrt. Ja. new. Uuuuh. Ah come on. So. Chocoma Küken. Ach come on. So. Chocoma Küken. jetzt. Damn it. Choco Feuer, Choco Blitz. There you go. Oh wow, das hat's ja total gebracht, Choco. Fuck. Achso, er macht weiter. Das ist gut. Okay. Gegenstände. Mega Trank auf Tifa. So, der ist im Schockzustand. Gegenstände. Phönix Feder auf Cloud. Komm, Smogger. Farag, Choco Flayer. Und dann Vitra auf erstmal Cloud. Dann Rapper auf Barret. Und dann Cloud. Ab geht's. Das ist unser Gegner jetzt endlich weg. Tifa, scheiße, heilen. Okay. Magie. Vita, Tifa. Ah, der ist weg. Okay, das ist gut. Uff. Tifa Level ab. Äh. Blitz. Gewitter ab die S. Ah, fuck it. Steh auf und kaste. Boom. So. Ja, sehe ich aber auch so. Mit Tifa. Tiefer. Okay. Äh. Super Trank. Barret. So, alles klar. Eine Bank wäre toll. Jawohl, jetzt habe ich mich geheilt. Jetzt wäre eine Bank gerade irgendwie sinnfrei. Aber ich sehe schon, hier geht's runter. Cool, dass man da was beschwören konnte. Und das Chocobo-Küken kann halt alle Elementare. Das ist gut. Oder Elemente, so. Alle Elemente. Sind wir jetzt durch? Sind wir bald da, Papa Schlumpf? Wo sind wir jetzt gelandet schon wieder? Ach, guck mal, da geht's raus. Das ist gut. Oder auch nicht unbedingt raus, aber... Ja, da hinten rein. Gucken wir mal. Ja, das ist doch vom alten Highway noch. Plattenschutzreif. Sounds awesome. Da können wir dann mal gucken, ob wir den nicht irgendwann nochmal raushauen. Die Bobbies schon wieder. Na gut. Gangster. What the hell? Ich habe es verkackt. Das war Teamwork. Ich glaube auch. Oh mein. Wie weit geht's wohl noch? I don't know. Aber wir sind auf dem Railway, ja. Zack. Da brauche ich ja fast noch nicht mal zu casten bei den Bobbies hier. Oh, in der Rücke, Bish. There you go. Yes. Ja, Cloud hat halt einfach nichts machen können, aber das ist doch schon mal was. Komm mal, da hinten ist was. Ethanol, gut. Ethanol ist immer gut. So, dann. Uff. Doppelgreifarm und Gaunersteige. Okay, da geht noch einiges. Bevor wir irgendwo ankommen anscheinend. Jo. Offensichtlich. Nix. Okay. Ab und in. In der Kampf. El Gigante. It's me, indeed. Wow. El Gigante. Verregel. Oh, die sind alle named. Hm. Voll gar. Schade, geht nicht. Zu wenig MP. Und Batsch, äh, de Lutscher. Au. Okay, das ist schön. Eta. Cloud. Und ab. El Gigante, gehen wir mit auf die Nüsse jetzt hier, Typ. Au. Hm. Bam. So, weg mit dir. Weg. Butt. In the butt, Junge. Uh, Tifa kriegt's besorgt. Damn it. Burn, El Gigante. Burn. Hm. Bam. Dead. Okay, cool. Easy. Hä? Easy going. Oh, HP sehen auch noch annehmbar aus. Great. Und wir sind hier wohl erstmal so weit durch, kann das sein? Hm, Graviton-Sphären. Ohne Endel. Okay. Dann nix wie hoch. Z-z-z-z-z-z-z. Nein. Mann, das waren ganz schön nervige Kreaturen. Die sind genauso nervig. Das Shepherd Boos. Nichts. Die sind nix wie. Nein. Ich brater häливisch crispier. 바� holiday, die sind komper câmb nach. Ich rufe sein Kreaturen. Dür 70. Ohne Herr schenker. Das Jaime, aus dem Mener von Erfolg. algún min. On me, Atlant gaz액 can. Ich rufe von Tan über höre. Außerdem three wir hier in den Moment. Bis zum nächsten mal. Ohne Herr. Untertitelung des ZDF, 2020